Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Kundenorientierte Lösungen für Dächer aller Art. Damit begeistert das Traditionsunternehmen Karl Stauch GmbH aus Krefeld zahlreiche Kunden aus dem Privat-, Industrie- und Verwaltungssektor. Egal ob Neubau, Sanierung oder Wartungsarbeiten. Inhaber Marc Ixkis und seine Mitarbeiter holen aus jedem Projekt das Optimum heraus. Dabei stehen die persönliche Betreuung der Kunden sowie der Einsatz neuester Technologien im Fokus. Das vielfältige Leistungsspektrum der Karl Stauch GmbH umfasst nicht nur die Planung und Ausführung von Dachdeckerarbeiten, sondern auch Fassaden, Holzfaserdämmplatten sowie Photovoltaikanlagen über renommierte Partnerfirmen. So viel ist klar. Dank des unvergleichlichen Know-hows des Teams laufen sämtliche Arbeiten an Dach und Fassade rund. Zudem freut sich der Ausbildungsbetrieb auf junge Menschen, die Lust auf ein zweiwöchiges Praktikum haben. Karl Stauch GmbH – Ihren Dachschaden möchten wir haben!